Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu The Crew Wild Run, das Summit, Qualifier Summit geht weiter und ja nächste Prüfung findet hier statt, Zeitangriff, den spielen wir jetzt und zwar mit unserem LaFerrari. Los geht's? Ja, das sieht wirklich klar aus. Du hast jetzt schon das Ziel, also da hinten? Ja gut, okay. Dieser muss denn jetzt hier wieder Verkehr sein. Ja, Bremsen ist hier fast schon überflüssig. Hier steht, nö, nicht mehr, das steht zum Summit, aber Sprungschanzen, hingebaut für Summit. So, jetzt bin ich gespannt, was für eine Zeit das wird hier. So, ich will aufpassen, da kommt eine scharfe Kurve. Vielleicht noch eine. Und dann wartet da vorne das Ziel irgendwo auf uns. Oh! Eigentlich noch relativ gut gerettet. Trotzdem müssen wir den erstmal nochmal machen. Das war relativ doof gelaufen am Schluss. Und am Ende ist es eine 219er. Was bedeutet diese 219er? Man kann auf jeden Fall schneller sein. Und wir haben ein Drift-Paket gewonnen, das finde ich geil. Und Felgen gewonnen. Und sind auch vor allem 45. Das finde ich jetzt mal stark. Da geht aber noch was, da bin ich mir ziemlich sicher. Jetzt kommen wir bestimmt noch mal Zwischenzeiten. Die würden mich viel mehr interessieren. Ich bin glücklich, dass das will man vielleicht auch nicht noch personajes sein kann. Nein! Können wir schon vergessen. Da ist nur nochmal die Lösung. Wir packen bis jetzt. Ich will hier ne top Zeit raushauen. Das ist unglaublich, wir übertreiben es ein bisschen, ein bisschen, also es ist nicht viel, aber ein bisschen übertreiben wir es ein bisschen aufpassen bei der nächsten Kurse Auf jeden Fall sagt die Kurse das Runddriften Das kann nicht sein, man! Nie im Leben! Es ist wirklich immer das Gleiche! Der erste Lauf ist super und ab dem zweiten möchte man dann auf Perfektion fahren und dann vermasselt man es natürlich Das ist klar! Letzter Versuch jetzt! Leicht wieder abgehoben, nicht gut! Jetzt muss ich ein tolles Risiko nehmen! Aber es kann halt auch so viel schief gehen und da das HG ist, dann passiert es auch schon! Das läuft nicht! Ich werde definitiv keine Zeitverbesserung geben! Von dem hier ist sicher! Allein wird Pip! Irgendwann! nicht nur mal ehrlich es kann nicht sein man kann sich aber auch doof anstellen ja egal wir haben noch ein paar tests und einer davon ist klettertour so Okay, der Schuss ging nach hinten los. Okay. Ja, scheiß Baum würde ich mal sagen. Naja, für das, dass wir ihn gerade zum ersten Mal gemacht haben, 553, nicht schlecht. Ich bin entspannt, was das für ein Platz ist. Eine Spritzanlage gewonnen. Die könnten wir gebrauchen und wir brauchen sie auch. 276, das heißt es gibt 276 Leute, die es immer noch besser geschafft haben. 256, das heißt es gibt 286, das heißt es gibt 297, die es immer noch besser geschafft haben. Ich bin jetzt nicht unterwegs. Ich bin jetzt aber okay. Ich bin jetzt ein bisschen dabei. Dann wäre es erst mal hechte, die ich bin dabei. Dann ist es, dass wir es wieder, wenn es schon machen können. Wir machen das halt und stimmen die AGAIN. Dann ist es, wir machen das mal aus. Wenn uns das mal an dieses Mal einigen machen, Dann sind wir gerade das mal. Dann sind wir da mal die Frage. Dann sind wir da mal die Frage. Dann wird das mal geht. Dann sind wir da mal die Frage. Kannst nicht! Never ever! Ich hab auch schon mal dran gedacht, den anderen Weg zu benutzen. Ja, das kann's doch nicht sein, ehrlich! Manchmal frag ich mich echt, was man für Pech haben muss! Leck mich! Aber was, was von ehrlich? Ja, das kann's doch nicht sein, ehrlich! Ich steh da am Daumen! Ich krieg doch n'n Hals! Da kriegst du echt n'n Hals! Ich glaub ja, das ist so der sichere Weg! Ich glaub, so schlecht war das gar nicht! Doch! Wir sind schlechter! Ahe-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a! schön wäre es aber nein weil wir ja wieder am baum hängen geblieben sind wir verlieren plätze wieder hin wie genau das gleiche wie vorhin es kann es nicht sein alter es kann nicht da musst du auch mal glück haben oder gibt es sowas noch auf dieser welt vorhin geblieben vorhin geblieben es ist keine verbesserung es ist keine verbesserung ist ums verrecken keine verbesserung wir verlieren immer mehr plätze 181 mittlerweile wieder das ist jetzt der erste tag ja ist wenigstens was neues aber viel kann ich nicht versprechen ansaugsystem 239 ich sag erstmal danke fürs zuschauen wir sehen uns nächste woche wieder dann geht es ja weiter mit den tests und eventuell schon pvp-visionen bis dahin danke fürs zuschauen wir sehen uns tschau